Ich bin Tiara Dacruz, ich arbeite im Betrieblichen Gesundheitsmanagement von Helsana. Ich bin Arwen, ich leite das App-Entwicklungsteam bei Helsana seit 15 Jahren jetzt. Mein Name ist Letizia, ich arbeite bei Helsana in Mikrasso. Ich bin Cédric Maté und ich bin responsable des Servicekientels und des Prestations für die Suisse romane. 2020 in drei Stichworte, keine Ferien. Viele haben Rücken komplett unberechenbar. Extrem verwirrend und eine riesige Herausforderung. Es war eine sehr große Herausforderung. Die intensivste Phase war sicher im Frühling. Ich kam von der Ferien zurück und dann heisst es so, an diesem Tag ab ins Büro, schnell deine Sachen holen und wieder zurück ins Homeoffice. In dieser Zeit habe ich sehr die Menschenkontakte vermisst. Psychische Gesundheit war ein grosses Thema und das haben wir auch bei Helsana gemerkt. Helsana hat mich für seine Kunden engagiert, um wirklich persönliche Lösungen zu suchen. Die Frage, die einem Kunden mehr stellt und telefoniert, ist sicher, ob ich sonst noch etwas für sie tun kann. Also so Sachen wie, wird jetzt mein Corona-Test bezahlt oder nicht. Ich war auch überrascht, wie viel Telsana gemacht hat, jetzt ausserhalb. Avec la Croix-Rouge, par exemple. Helsana hat sich 2020 in verschiedenen Projekten sozial engagiert. Sie hat iPads in Alterszentren verteilt. Ich finde, Telsana hat auch sehr viel an das Team gedacht. 2021, in drei Stichworte. Flexibel. Ich wünsche mir im Jahr 2021, dass es ein bisschen ruhiger wird. Für mich, Helsana ist bereit. Mutig, innovativ und vertrauensvoll. Engagiert fürs Leben. 2020 war in jeder Hinsicht ein aussergewöhnliches Jahr. Ich bin stolz und dankbar, dass wir das zusammen so gut gemeistert haben. 2020 war in jeder Hinsicht ein aussergewöhnliches Jahr.